Der Smooth Modifier dient zum Weichzeichnen von vorgegebenen Flächen oder Abschwächen von Kanten, ähnlich wie im Edit Mode. Mit Axes geben wir an, an welchen Achsen der Modifier sich orientieren soll. Mit Faktor geben wir an, wie stark das Objekt gesmooth werden soll. Bei Repeat geben wir an, wie oft das Objekt gesmooth werden soll. Je höher der Wert, desto stärker der Effekt. Und mit Vertex Group geben wir wieder einen Teilbereich an, der gesmooth werden soll.